Meine Damen und Herren, wir beginnen mit der Medaillenzeremonie für die Damen im Kajakteam. Meine Damen und Herren, wir präsentieren die Medaillengewinnerinnen im Kajakteammannschaft. Die Medaillenzeremonie werden von Oliver Bungers, Präsident der Bavarian Canoe-Federation, dem Präsidenten des Bayerischen Canoe-Verbandes. Er wird begleitet von der Teamleaderin aus Frankreich. Die Medaillenzeremonie sind Anna Stevlai, Nika Ocimc, Siva Jankar, Slovenia. die projet tienes, die sie nicht dringend hatten. Sie will ihnen ihre Flinsenwörer ab jetzt Phoneinees wähle. Das heißt, dass die Medaillenzeremonie 95 Jahre existiert, das mit unserer Bedrohung gitti ist normal. Studiuminvest gitti und ihr basement bedeutet 구독ungen. Lesen Hümblendienseremonie guilderanz sagen das Gleichgewünziehen. The silver medal is Marie Nemkova, Clara Vankova and Christine Novosarva, Czech Republic. And the gold medalists are Lise Vinay, Mathilde Wallenair and Lisa Le Vou. France! So, ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of France.